Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Spiel hier bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin es MJ und ich bin der Spiel Vandals. Das Spiel Vandals habe ich auf Steam gefunden durch einen Zeitungsnüttel hier bei uns in der Schweiz. Und weil ich selbst Parts erlucke und selbst auch vor x Jahren Betrieb habe, dachte ich mir, was ich mir ansehen, denn es gab schon lange kein gutes, cooles Graffiti. Ja, und bei Vandals soll also nicht nur das Schuss sein, denn man soll auch einiges lernen, die Art Künstler. Nun, was wollen wir hier noch mehr sagen? Wir switchen rein ins Spiel und gehen los. So, da sind wir also und gestartet wird in Paris 1968. Ich habe bereits den Namen angegeben, den ich sprayen oder taggen werde. Das ist MJ und ich habe keine Ahnung, das wird das Spiel. Wenn es rausfällt. Hierhin geht es mir sicher. Wenn ich das sehe. Wer da sieht mich, wenn ich hierhin gehe? Hey! Polizei, Kiste, okay. Also das Rot bedeutet auch so ein bisschen gefährlich, ne? Oh, mir kommt Pfeifen rein. Aha. Aha. Hey! Wie bitte? Oh. Hey! 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 Das ist ja geil. Oh, drips. Fucking drips. Der Maus, der Maus ist brav, das ist so einfach. Ah, man kann alles löschen, okay. Komm mal. Komm mal, ja. Komm mal, nein. Oh, ich bin schon in Chi. Das ist ein Throw-Up. Das ist ein Throw-Up. Das ist ein Throw-Up. Baut sich die Beine aus. Das ist ein bisschen am Anfang. Das ist ein Throw-Up. Wir gehen weiter. Das ist aber geil. Das ist geil, dass man das nachher so an der Wand sieht. Und dann noch mit Graffiti. Ich habe nur einen Stern. War mir vielleicht zu langsam. Aber das erste Level haben wir geschafft. Und sagen, das macht mir einen Spaß. Wir schauen mal, wie lange so eine Folge werden wird. Ich denke, es kommt darauf an, wie viele Levels wir in welcher Zeit schaffen. Das ist das Ding. So, jetzt versuchen wir das Ganze etwas besser. Wir machen einfach nur einen Tag, so einen Street-Bombing-Tag, ein großes Tag, und versuchen wir ihn rein. Wir haben es geschafft. Es ist gross geworden. Wir haben aber keinen Bonus. Warum haben wir einen Bonus nicht? Aber auf jeden Fall, Level 2 war gar nicht so schlecht. Aber gut, es ist ja auch jetzt hier alles nur so die Erklärung. Ich denke, die werden noch ziemlich knifflig, die Reizen. Aha. Oh Gott. Ach, das ist der Bonus. Die muss man holen, dann haben wir den Bonus. Ähm. Jetzt noch da vorne. Hier sind wir die Tasche. Ich denke, wir müssen die Tasche. Ja, ich versuche jetzt mal was zu tun. Jetzt noch was zu tun. Oh shit, geschnappt. Oh wobei, wenn ich nur vor ihm bin. Oh der sieht gut. Schon ja bist. Okay. Achtung. Das geht super, wir schauen mal, also wir sind jetzt hier oben bei einem Lieferwagen. Wir machen nochmal J, aber das muss ich nicht sagen. Es ist schon nicht ganz einfach mit der Maus hier zu bomben. Das geht ein bisschen besser, weil hier hat man nur ein Cab und so wie es aussieht, das ist ein New York Pad Cab. Hier haben wir noch ein paar Bubbles. Nice. Rips, par excellence. Rips, par excellence. Ich kann hier unten nicht mehr malen, aber die Farbe geht noch hin und es wippt auch. Also kriege ich weg. Okay. Oh. Okay. 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 Ich wusste nicht, dass der auch noch kommt. Aber so müsste es eigentlich gehen. Ich bin jetzt in die Richtung. Okay. 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 Oh, jetzt muss er. Hä? Oh, den ganzen wickige Haaren könnte sein. So, ah, das ist vielleicht zuerst, dann vorbei. So, ah, das ist vielleicht zuerst. So dumm. Ich wollte hier gar nicht die Asche werfen, ich wollte da hinlaufen. Oh, ich hab ihn los. So, 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 ich hab ihn los.